Hallo, da bin ich wieder mit einer Runde Dead by Daylight. Ich hoffe, ihr hattet bisher schöne Feiertage. Ich bin wieder mit der Sarina unterwegs, mit dem Christkind Sarina und ihrem Festtags-Perk-Bild. Ich bringe weiterhin meinen Survivor-Kollegen Geschenke und habe da Verbindung mit, um sie auch rechtzeitig noch zu finden. Außerdem habe ich Plünderspülseln dabei, um die Kisten zu finden. Ah, das ist der Michael. Ich hoffe, er stalkt nicht mich. Ne, er ist in der Jagd. Sehr schön. Ja, Plünderspülseln, um die Kisten zu finden und um bessere Items aus den Kisten rausziehen zu können. Einschätzung, um die Kisten nochmal durchwühlen zu können. Und Ass im Ärmel, um auch noch gleichzeitig schöne... Kommt ihr mit dem Killer, oder? Nein, sehr gut. ...bessere Zusätze an den Items zu bekommen. Super. So, und dann snack ich mir mal die erste Kiste. Die müsste nämlich im Keller sein. Hier nicht. Ich habe außer sie mein Mikro gerade leiser gedreht. Das geht natürlich nicht. Ich erhebe sie schon auf, deswegen sehe ich sie schon nicht mehr. So, eine Taschenlampe. Direkt mal nochmal Einschätzung nutzen. Oh, weiter weg geht gar nicht. Dann verschenken wir doch einmal da vorne die diebe Kate. Kommt sie zurück? Nein. Nein. Ich habe nicht aufgepasst, ob sich der Killer die Map gewünscht hat. Ist im Normalfall keine gute Map für ihn, aber wenn er den Spiegel dabei hat, wäre das wahnsinnig schwierig für uns und richtig gut für ihn. Ich ziehe mal ein bisschen an. Ich benutze mal das Geschenk für die Katie ein bisschen. So. Frohe Weihnachten. Schöne Feiertage. Dort. Ui, 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 ui. Muss die Luft anhalten. Ich weiß nicht, ob er mich gesehen hat. Macht ihr das auch immer, dass ihr die Luft anhaltet? Er hat Clödiah gesehen. Okay. Okay, okay, okay. Wenn die da weggehen würden, wäre das schon ein bisschen nice. Aber gut, er hat das Messer oben. Ist schon ein bisschen schwer, ihm da auszuweichen. Und nochmal. Jetzt kann man auch retten gehen. Mal schauen, in welche Richtung er kommt. Alle sind hier, keiner arbeitet. Da war er. Er stalkt die andere. So, da war das Sunny-Paket doch gut aufgehoben. Ich habe übrigens passend im Spalt ausgerüstet sich zwölf Truhen. Ui, 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 jetzt ist hier aber verkehrt mit mir. Zwölf Truhen aufschließe. Hier, für dich. Frohe Feiertage. Habe ich vorhin vergessen zu sagen. Komm mit. Das hat nicht lange gehalten. Aber vielleicht kommt sie ja ein bisschen voran jetzt mit ihrem Gent durch den Koffer hier. Ah, der ist auch gesperrt jetzt. Das heißt, sie ist weggegangen. Gar nicht so schlecht. Aber sie hat meinen Koffer. Entweder ist es der erste, den ich ihr gegeben hatte. Aber er hat auf jeden Fall Barbecue und Chili auch. Ähm. Ja, mal schauen, ob die mich nochmal holen. Die kleben ja schon zu dritt immer nah beieinander. Was ja manchmal ein Zeichen dafür ist, dass sie in der SWF sind. Okay, sie wird gejagt. Vielen Dank. Warum ist sie so ängstig und ist weggegangen? Gut, danke. Ja, ich komme mit. Hier ist ein Jen, ich weiß. Hier für dich. Manchmal klappt es nicht. Frohe Weihnachten. Irgendwie rennt sie mir hinterher. So, ich ziehe mal kurz hier mit an. Und dann gehe ich retten. Das ist eine spannende Runde. Ich weiß nicht, wo er gerade ist. Ich hoffe, weit weg. Ich dachte gerade, da vorne würde er stehen. Ai, 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 ai. Bringt sie ihn mit? Nein? Okay. Ach, der ist in der Jagd mit der Obsession. Also, das gefällt mir auch ganz gut. Das gefällt mir auch ganz gut eigentlich. Was tut sie? Gehnt sie ihn mit? Nee. Objekt der Besessenheit. Nein? Okay. Ist, äh, Mac. Dann ziehen wir doch mal an und hoffen, dass Mac noch ein bisschen hängen darf. Und vielleicht kriegen wir den nächsten auch durch. Nein. Oh, okay. Möcht bitte hier lang und dann... Auwa! Was für eine Reichweite. Ai, ai, ai. Ähm. Hier rennen wir sofort los, ne? Sie können doch einfach wieder in den Jen gehen. Nee, extra woanders lang. Tja. Er tritt gegen den Jen. Das heißt, glaube ich, ich bin ganz ohr, oder? Er ist das Perk, wenn es, ähm, zugemacht wird. So, wir müssen auf jeden Fall weg. Sorry. Sorry. Okay, ich habe hier keine weiteren Kisten auf der Mac gesehen, aber es gab auch noch eine Ecke, an der ich noch gar nicht war. Der ist schon fertig. Und zwar die Ecke, wo man... Ich nehme als Toten weg. Ähm. Die Ecke in dem großen Saal. Okay. Wie kam das jetzt zustande? Du hast dich doch schon geheilt. Ist hier so hell, dass ich den Skillcheck nicht so gut sehe. Wo ist sie jetzt? Ich sehe sie gar nicht. Also, sie hat definitiv kein botanisches Wissen dabei. Danke. Sie ist tot. Ähm. Okay. In diese Ecke wollte ich. Hier ist auch keine weitere Kiste. Krass. Das war mein Hund. Der möchte mal wieder Aufmerksamkeit. Ähm. Ja. Aber dann haben wir jetzt auch vermutlich alle Kisten leergeräumt. Oder andere Leute haben auch noch eine Kiste aufgemacht. Dann wird die mir auch nicht mehr angezeigt. Was ist mit dem hier unten? Der war schon fertig, ne? Ja. Schade. Der ist auch schon fertig. Hm. Und wo sie zu finden sind. Ah. Okay. Oh, ich hab's schmatzen hören sogar, als sie getroffen wurde. Komme ich hier? Oh, ich dachte, da wäre vielleicht ein Loch. Aber hier komme ich runter. Sie hing, glaube ich, noch nicht so oft. Ich versuch mal, den Jen fertig zu kriegen, an dem sie war. Hier hinter der Tür. Schade. So. Und? Sie ist direkt tot. Oh, Mann. Okay. Dann. Ich hab sie gehört. Oh. Und ich bin rausgekommen. Okay. Das war doch sehr festlich. Ähm. Ja. Ich wünsche euch weiterhin schöne Feiertage. Wie viele Truhen hab ich aufgeschlossen. Vier Stück. Ähm. Ja. GG. Ich hab ein Pip gekriegt. Zweimal schillernd. Fast Doppelpip. Ähm. Gucken wir uns die Perks einmal vom Killer an. Ah, okay. Spiel mit deinem Essen Barbecue haben wir ja auch. Ach, durchdringendes Zittern. So hieß das. Durchdringendes Zittern. Na gut. Okay. GG. Schöne Feiertage. Und bis bald. Das geht. 35 Uhr.